Hi Leute und herzlich willkommen zu dem letzten Part der zweiten Staffel des Sims 3 Lebensfreude Let's Plays. Denn heute wird der gute Benjamin zum jungen Erwachsenen und damit werde ich die Staffel beenden. Und ja, dann würde ich sagen, frühstückst du hier erstmal ein Brot mit Marmelade. Du Tony, du wirst jetzt erstmal ein Kampfkunstbuch lesen. Du hast gestern noch mit Kim, hat er noch gespart, gesperrt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht, Sparing mit jemandem heißt das. Also dieser friedliche Kampf. Und ja, das würde ich sagen, machen wir heute auch. Und was auch ziemlich cool ist, ist, dass das Auto von Tony jetzt endlich fertig ist. Ich habe den ja einfach mal den ganzen Nachmittag da dran werkeln lassen. Die Frage ist, ich würde sagen, wir werden vielleicht hier mal noch nachher das Auto wachsen. Die Hausaufgaben werden wir jetzt nicht mehr brauchen, aber wir können die noch nicht abgeben. Okay, verkaufen. Ja, Tony fühlt sich jetzt krank. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Eigentlich hätte ich eher erwartet, dass Benjamin krank wird, weil Alissa ja auch krank ist und die sich gestern geküsst haben und so weiter. Aber ja, dann hat es jetzt wohl Tony erwischt. Das ist natürlich nicht ganz so super, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht hier, wenn er das Auto gewachst hat. Und was er da genau dann macht, da muss ich gleich mal hier auch am besten ein Foto machen, denn das kann nie schaden. Ach so, das ist das. Okay, dann macht ein Werkel mal hier ein wenig am Auto rum, denn du bist ja sowieso... War er ein Autofreak? Nee, ich glaube, er war nur ein Draufgänger, aber das reicht ja auch schon aus. Das hier machen wir mal so und es sieht doch cool aus. Da ist er noch ein bisschen mit beschäftigt und dann würde ich sagen, wenn die zwei Alten hier jetzt langsam mal aufwachen, dann Timmy, du wachst gerade auf, dann kannst du hier auch einfach dir ein Müsli machen und du willst auch gleich das Bett machen. Okay, dann würde ich sagen, machst du dir ein Müsli, dann wirst du dein Aussehen im Spiegel überprüfen, denn das willst du sowieso tun. Und dann machst du das Bett und Kim wacht auch gerade auf, perfekt. Dann kannst du hier auch mal eine... Oh, wir können ja auch, stimmt, hier, mach dir doch mal einen Frühstücksburrito. Ich vergesse immer, dass wir ja die Mikrowelle noch haben, weil da gibt es richtig coole Sachen hier. Instantnudelgericht, Frühstücksburrito, Pizza, Popcorn und Currywurst können wir machen und Mikrowellenmahlzeit. Eine Currywurst müssen wir auch unbedingt mal noch essen. Du bist hier am Lesen und ich würde sagen, Kim, wenn du hier fertig bist mit Essen, dann werden wir doch mal mit dir hier eine Party veranstalten. Und genau, du bist jetzt hier noch am Dingseln. Bis zur Ermüdung trainieren will er auch. Ich glaube, Kim hat heute auch frei. Und das Geschirr spülen willst du auch? Okay, das kannst du natürlich alles machen. Dann würde ich sagen, machst du jetzt mal das Bett. Wenn du dir hier bewundert hast, wie schön du doch aussiehst. Und dann hat Kim hier gleich das Bett gemacht. Oha, okay. Ach ja, wahrscheinlich, weil sie familienbewusst ist. Aufräumen brauchst du den Burrito nicht. Das kann ja der gute Timmy dann machen. Huch, warum wurden wir denn jetzt... Nein, das ist doch alles nicht nötig. So, du kannst mal hier... Zuneigung oder was können wir hier die Gute loben für nicht zerstörerisch sein. Das machen wir mal. Dann werden wir unsere Hand beschnüffeln lassen. Der guten Joy ein Leckerchen geben und mit ihr reden. Und sie dann am besten bürsten. Und... Ja, das Auto ist jetzt gewachst. Es sieht immer noch genauso aus wie vorher. Du kannst... Ah, hier, okay, gut. Dann geht es jetzt an die Party. Da würde ich sagen, machen wir eine Geburtstagsparty, die um... 14 Uhr beginnt. Nee, obwohl das wird eine spätere Party. Sagen wir um 18 Uhr. Dann kommen die ersten Gäste um 17 Uhr und ungezwungene Kleidung. Und dann werden wir einladen. Freunde und Nachbarn. Würde ich sagen, Lilly Little. Lilly laden wir mal ein. Dann natürlich Emma. Dann... Nina auch. Und dann natürlich noch Elissa. Ähm, hier Elissa. Und... Ja, ich denke mal, das reicht dann auch. Da kommen da wahrscheinlich sowieso noch ein paar andere. Schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. Adele Little können wir auch einladen. Ähm... Ja, machen wir mal. Und... Max und Lola müssen jetzt nicht sein. Benni Möhrchen. Nö, das muss alles nicht sein. Dann haben wir hier Adele Little, Lilly Little, Emma und Mina und Elissa. Okay, das ist doch perfekt. Die Geburtstagsparty beginnt um 18 Uhr. Ähm... Dann kannst du doch hier einfach auch mal nochmal hier den Motor aufheulen lassen und dann zu einem Gemeinschaftsgrundstück fahren. Da können wir uns dann noch überlegen, wohin. Ähm... Ihr werdet euch umarmen, das ist doch schön, das könnt ihr ruhig machen. Ähm... Wer wollte jetzt hier eine Theke putzen? Wer wollte jetzt hier eine Theke putzen? Möchtel, Möchtel, Möchtel muss jetzt auch nicht unbedingt sein, sondern Kim, du könntest mal den Guten massieren, denn er hat doch Rückenschmerzen. Dann, ähm... Küss ihn mal. Und... Ähm... Was könntest du denn dann noch machen? Was macht ihr jetzt? Küssen? Achso, das war noch gar nicht. Dann haltet Händchen. Und... Ähm... Dann gib ihm einen Schwebekuss, sodass du ihn eben... Ähm... Dass du ihn eben massieren kannst. So, das wollte ich sagen. Oh mein Gott, jetzt war ich gerade voll verpeilt. Ähm... Ich möchte dich gerne massieren, junger Mann. Verliebt umarmen. Ähm... Umarmen. Wange streicheln können wir ihn. Hier, massieren. Dann hat er nämlich keine Rückenschmerzen mehr, der Gute. Und ja, das war jetzt ja klar. Jetzt können wir hier nicht duschen gehen. Das ist natürlich super blöd. Dann, ähm... Isst du mal... Ähm... Auch einen Snack am besten. Isst du einen Joghurt? Und du solltest eigentlich zu einem Gemeinschaftsgrundstück fahren. Aha, okay. Dann würde ich sagen... Fahren wir mal... Zum Fitnessstudio vielleicht. Zum Fitnessstudio. Da kann er sich dann mal ein bisschen aufpumpen. Brüllt wie ein Löwe. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Hör nur, wie der Motor dröhnt. Okay, das ist doch schön. Und das ist jetzt dein schickes Auto hier. Das sieht schon sehr cool aus. Aber es ist halt super lahm, ne? Ist ja mal eine richtig lahme Kiste. Ach, wie süß. Da gehen Leute hier mit ihren Tieren spazieren. Aber naja, er hat ein schickes Auto. Und das ist das Wichtigste. Ähm... Dann kannst du doch hier einfach mal... extreme Klimmzüge machen. Und zwar bis zum Anstieg der Athletikfähigkeit. Und dann kannst du dir hier vielleicht noch... Ähm... Ein Soda kaufen oder so. Wer bist du? Janett Littlelow. Und du bist Daryl Littlelow. Ach ja, die ganzen Teenager hier. Okay, dann kaufst du... Dir hier einfach noch ein Soda. Und eine Süßigkeit. Und dann geht's wieder heim. Und ihr seid hier immer noch am überschwänglich küssen und so weiter und so fort. Ähm... Genau. Du gehst jetzt mal hier ans Telefon. Rangehen. Und... Was machst du hier? Du füllst nicht den Napf, sondern vielleicht kann die gute Joy dann jetzt auch endlich mal hier raus. Und du kannst ja dann mal hier einfach ein bisschen schlafen gehen. Und dann fände ich es eigentlich sehr schön, wenn wir dann jetzt auch mal ein Schaumbad nehmen können. Ähm... Erreiche einen neueren... Neuen Mixen-Level und melde dich am Ort Weidigstadt-Theater. Ja, können wir mal schauen, ob wir das schaffen hier. Ähm... Ich glaube, im Restaurant kann man nämlich Mixen-Unterricht nehmen. Hier. Da können wir ja mal teilnehmen dran. Und Kim, du kannst jetzt mal deinen armen Mann hier in Frieden lassen. Ähm... Und einfach mal hier alles aufräumen. Ähm... Ähm... Ja. Das kannst du tun. Das wäre sehr gut. Und was machst du, Joy? Chocolate. Oh mein Gott. Chocolate. Du... Ähm... Du gehst mal hier hin pieseln. Und... Dann nimmst du am besten dein Kauspielzeug auch einfach mit. Ähm... Das kann ich dir ja einfach mal hier hin packen. Und dann kannst du hier danach da drauf rumkauen. Dann machst du dein Schaumbad. Und Kim ist... Ähm... Müsste jetzt eigentlich auch mal langsam aufs Klo und duschen. Ähm... Da... Ist das vielleicht ein bisschen unpraktisch. Was war das? Taxi oder wie? Hä? Warum kostet... Kostet jetzt alles auf einmal minus 10 Simoleons? Hm. Komisch. Dann kannst du doch einfach mal hier ein bisschen das Internet durchsuchen. Das gibt doch, glaube ich, auch Spaß. Ähm... Und das wäre jetzt eigentlich ganz schön, wenn du dann auch wirklich schlafen könntest. Und nicht einfach nur immer wieder aufstehen und... So weiter und so fort. Danach kannst du auch mal hier... Bist du doof? Mach halt ein Nickerchen und danach kratzt du. So. Und du könntest einfach mal hier die Zeitung recyceln und diese lesen, bevor du weggehst. Und dann möchtest du joggen gehen. Das kannst du natürlich auch tun. Und hier Duft eines neuen Autos. Ich frage mich jetzt, ähm... Bleibt das immer im Inventar? Das Auto? Ja, wir können es auch hier hinstellen. Okay. Und dann bist du der Besitzer. Ähm... Und dann können wir hier auch... Das ist ziemlich cool. Wir können das Radio einschalten. Und dann können wir hier tanzen. Das ist ziemlich cool. Ähm... Das machen wir aber jetzt nicht, weil die Musik auch sehr laut ist. Irgendwie. Und du, Chocolate... Ach, du stinkst. Na gut, dann müssen wir dich da auch bald mal hier... Kannst du doch mal hier, wenn du das gelesen hast, die Zeitung, kannst du doch die liebe Chocolate mal hier, ähm... Einmal mit ihr reden. Ähm... Und sie dann hier streicheln. Umarmen. Und dann... Loben für nicht zerstörerisch sein. Und Loben für ordentlich sein. Und dann hier bürsten. Jake hinterlässt ein Vermächtnis der Liebe. Blablabla. Tiefstpreise ermutigen... Auf dem Häusermarkt ermutigen kaufwillige, strammer Junge geboren. Gestern Abend kam im Tissot-Haushalt ein gesundes 7,5 Pfund schweres Baby zur Welt. Der Junge soll auf den Namen Eric getauft werden. Das Kind ist nun zu Hause und braucht Ruhe. Tja, die Frage ist jetzt, in welchem Tissot-Haushalt? Das, ähm... Ist natürlich immer die Frage. Strafstoß für die Lamas. Alexander Gulf dreht in der Stadt. Und... Ii, wer hat denn da jetzt gerade gerülpst? Ey, bah, eklig. Du warst das. Ähm... Ja, das ist übrigens seine Tonys Winterkleidung. Nur irgendwie zieht er die immer wieder an. Und ich gucke mal hier jetzt, ob ich das Outfit zu seiner Sommeralltagskleidung wechseln kann. Weil das wäre ja sehr schön, wenn das gehen würde. Dann kannst du hier noch dein Bett machen. Und, ähm... Ja, Timmy hat jetzt Level 2 der Mixen-Fähigkeit erreicht. Dann werden wir jetzt hier da mal kontaktieren. Und du, Kim... Du darfst jetzt mal hier das Klo benutzen und danach duschen. Und, ähm... Dann willst du auch die Theke putzen. Welche ist denn hier dreckig, dass du die putzen willst? Hier diese Theke. Und dann geht's auch schon bald los mit der, ähm... Mit der Party. Um 17 Uhr kommen die ersten Gäste. Da würde ich sagen, ähm... Was machst du denn jetzt hier? Als Sitzgelegenheit dienen. Das will ich jetzt mal sehen, wie das aussieht. Das ist bestimmt richtig süß, oder? Oh, das ist so süß. Oh mein Gott, ist das süß. Oh. Süß. Wie niedlich ist das denn? Oh mein Gott. Ich sterbe gleich an Diabetes. Oh, vor Süßigkeit. Das ist so niedlich. Okay. Dann können wir jetzt hier eigentlich auch mit ihr interagieren. Wir werden sie jetzt hier loben für freundlich sein. Dann, ähm... Hatten wir doch Zuneigung gesagt. Wir werden mit ihr reden. Sie streicheln. Und... Dann... Sie bürsten. Und dann ihr vielleicht noch einen Trick beibringen. Und zwar Pfötchen geben. Das hatte ich gestern... Oh. Oh Gott, ist das süß. Oh. Oh mein Gott, das ist so unglaublich süß. Und die kleinen Pfötchen, die rosan Pfötchenabdrücke. Das ist so unglaublich süß. Okay. Dann würde ich sagen, bringen wir ihm keinen langen Trick bei. Denn, ähm... Bringen wir... Bringen wir der Chocolate keinen langen Trick bei. Denn sie muss ja auch... Äh, hier Benjamin muss langsam mal aufs Klo. Dann, ähm... Zwei Stunden haben wir noch Zeit. Das ist okay. Äh, dann... Dann spätestens... Oh, und du wirst hier... Spielst bloß. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und Chocolate hat Benjamin offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Sie möchte mit Benjamin Freundschaft fürs Leben schließen. Ja, das ist natürlich super, super süß. Die Party von Kim geht bald los. Unangefochtener Hotspot. Ähm... Ja, das ist alles sehr interessant. Äh, dann würde ich sagen, werden wir hier mal wieder eine Geburtstagstorte kaufen. Party-Geburtstagstorte. So. Und dann gibt es nachher eine Geburtstagsparty. Denn, ja, Benjamin wird zum jungen Erwachsenen. Und, ähm... Ja, Joy, du kannst hier ruhig schlafen, wenn du willst. Aber nachher... Ähm, solltest du dich vielleicht lieber hier hinlegen zum Schlafen. Weil... Du dann bestimmt, ähm... Dich hier erschrickst vor lauter Musik oder sonst wie. Ähm, du willst die Musik einschalten. Okay, dann brauchst du das Klo schon nicht mehr zu putzen, Benjamin. Ich sehe gerade, Kim ist hier schon am putzen. Und du möchtest Kimi... äh, Timi küssen. Oh Gott. Und alle Spielzeuge auf dem Grundstück wegräumen. Mensch, jetzt bist du aber richtig hier im Ordnungswahn, ne? Und dann, ähm, schalten wir bitte um auf... Epische Musik. Die finde ich auch cool. Oder die Western-Musik. Die ist auch sehr lustig. Da können wir mal umschalten hier. Wo war Western? Western. Das hört sich doch eigentlich auch mal ganz cool an. Dann, ähm... Ja, reicht's jetzt? Du solltest jetzt dringendst aufs Klo gehen. Ähm, sehe ich hier gerade. Das wird sehr, 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 sehr knapp. Bitte, geh. Sonst machst du dir noch in die... Machst du dir noch in die Hose. Und der erste Gast ist da. Mina, Tissot und Elissa. Geh jetzt aufs Klo, Timi. Meine Güte. So, du kannst mal hier... Ah, was wird hier passieren? Ah, die unterhalten sich. Und du rennst jetzt aufs Klo hier. Sonst, sonst pinkelst du dich ein. Das muss nicht sein. Oh, und hier kommen frittierte Burritos. Geil. Ähm, nein. Damit hörst du bitte auf, Chocolate. Du lässt das. Sondern du kannst einfach mal... Ähm, ja, du kannst einfach mal ein Nickerchen machen. Dann sind zumindest die Tiere hier schon mal so ein bisschen im Weg. Aus dem Weg. Und du kannst mal... Die gute Mina nach ihrem Tag fragen vielleicht. Damit die nicht schon wieder geht hier. Weil das geht ja nicht. Ähm, 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 ähm. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Elissa, warum willst du Toni Blumen geben? Das ist nicht gut. Gott sei Dank. Na, die ist ja gut drauf, ne? Ähm, neues Objekt überprüfen. Die Geburtstagstorte. Okay, dann wird mal hier... Gib mal der guten Elissa einen Schwebekuss. Dass sie nicht hier ganz verrückt wird. Vor lauter... Liebeswahnsinn. Und... Wer schraubt denn da am Auto rum jetzt? Gibt's doch nicht. So, dann würde ich sagen, werden wir einfach jetzt schon die Party feiern, weil das verteilt sich hier zu sehr für mich. Ähm, Benjamin, du wirst jetzt dann zum jungen Erwachsenen. Da gibt's jetzt dann gleich eine richtig fette Party. Ähm, und da wird dann natürlich auch hier... Ähm, ein Foto gemacht. So, ähm, dann geht's hier runter. Okay, wahrscheinlich hört man meine Tastatur sehr laut klicken. Das liegt daran, dass ich eine neue Tastatur habe. Und zwar eine mit LEDs. Und die ist so toll. Und es wäre sehr schön, wenn ihr dann jetzt alle hier Geburtstag feiert. Ach Gott, und die Westernmusik im Hintergrund. Okay, dann, ähm, wird jetzt hier... Oh Gott, sind da viele Leute. Das sehe ich jetzt erst. Mensch, sind ja richtig viele. Äh, wer feiert hier noch? Kim und Emma sind wahrscheinlich draußen und denken sich, ach nö, da... Doch, Kim ist da. Okay, gut. Gut, dann, ähm, werden wir hier deinen Geburtstag feiern. Am besten schön mit Weitwinkel, damit wir die ganzen Leute sehen können, die hier applaudieren und jubeln und... Ja, Geburtstagsparty. Oh, Emma macht auch noch mit. Das ist doch süß. Alle Gäste sind glücklich und es ist super laut gerade. Das ist süß. Sogar, sogar Chocolate macht mit. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie er aussieht. Oh, geil, er hat ein Afro. Da Benjamin so fleißig in der Schule ist, darfst du dir ein Merkmal für ihn aussuchen. Ich würde sagen... Da machen wir mal einfach athletisch draus. Ähm, ja, athletisch kann nicht schaden. Ähm, das, was er anhat, ist natürlich mal wieder sehr passend und wunderschön. Und, ja, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Geburtstag. Du siehst grauenvoll aus und alle freuen sich. Das ist schön und das ist so laut gerade. Das ist richtig krass. Und jetzt hauen sie alle rein. Das ist doch gut. Ähm, du müsstest mal langsam aufs Klo, Timmy. Aber das kannst du bestimmt auch danach noch machen. Und du wünschst dir das, die Badewanne zu putzen. Und ich schalte jetzt hier mal um auf. Ähm, Popmusik. Und was machst du hier, Chocolate? Du, ähm, kannst vielleicht mal irgendwie dir ein Spielzeug holen. Herumrennen. Na, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee jetzt, wo so viel los ist hier. Sondern hol dir ein Spielzeug. Und was machst du? Vom Boden fressen? Nein, das wirst du nicht. Du kannst mal hier Beute aufspüren. Einen Fisch. Ne, einen Käfer kannst du mal aufspüren. Und hier ist mal wieder super viel Platz. Nicht? Und jetzt geht bestimmt gleich auch irgendwas kaputt. Na, was hast du denn jetzt hier gemacht? Du hast da deinen Kuchen gegessen. Okay. Hä? Kannst du mal bitte aufhören damit? Du brauchst nicht noch ein Kuchenstück essen, Junge. Meine Güte. Nein, und hör auf, den ganzen Kram sauber zu lecken. Ach, du Schreck, Mann. Ähm, okay. Du gehst jetzt mal am besten hier aufs Klo. Und dann, ähm, kannst du hier doch einfach mal ein bisschen tanzen. So, Kim. Du kannst jetzt hier mal aufräumen, bitte. Oh, die Geburtstagstorte, die ging ja weg wie warme Semmeln hier. So, du brauchst den ganzen Kram hier nicht aufzuräumen. Das machen schon andere für dich. Oh, warum setzt du das denn... Meine Güte. Ich würde mal sagen, ich mach das jetzt hier so. Dann gibt es gar keinen Stress für niemanden. Und dann ist der ganze Kram schon abgespült. Und dann würde ich sagen, kannst du, Tim, Ben, Tony... Oh, Tony, dich doch mal hier mit deiner Tante unterhalten. Und sie freundschaftlich begrüßen, anstatt zu tanzen. Und jetzt ist natürlich klar. Die wurde jetzt zu oft benutzt. Jetzt ist sie kaputt gegangen, die Spülmaschine. Dann kannst du doch gleich mal hier die Spülmaschine reparieren. Denn du bist doch so ein Technikfreak. Du hast, wow, Level 7 Geschicklichkeit. Dann solltest du aber vielleicht am besten hier die Pfützen aufwischen, dass Benjamin nicht gleich an seinem ersten Tag als junger Erwachsener stirbt. An einem Elektroschock oder sonst wie. Und, ähm... Nein, hört auf zusammen zu tanzen. Meine Güte. Dann tanz alleine. Denn, ähm... Elissa, du bist eine ganz schön freche, dass du jetzt... Ich meine, Timmy ist da... Benjamin ist dabei. Und ich verwechsel mal wieder alle möglichen Namen. Das ist echt krass. Ähm... Du hörst bitte auf damit. Du... Alter, kannst du mal aufhören, Elissa? Was ist das denn? So, du kannst jetzt mal hier zusammen tanzen. Ähm... Und zwar normal mit Elissa. Vielleicht regt sich das dann wieder ein bisschen ab. Und die Spülmaschine ist repariert. Das ist perfekt. Ähm... Und was ist das denn hier? Eine leere Chipstüte. Die, ähm... Achso, die kann natürlich nicht so einfach weg. Denn... So. Ja, ich möchte wirklich verkaufen. Und hier gehen schon wieder die ersten Gäste? Oder wird hier wieder am Auto rumgeschraubt? Machen die jetzt hier Techtelmächtel im Wagen? Oh mein Gott! Oh, wie süß die beiden! Es ist zwar ein bisschen creepy, dass sie hierfür einfach einen fremden Wagen nehmen, aber okay. Tony hatte Geburtstag, Benjamin hatte Geburtstag, ja. Ähm... Natürlich hatte nur Benjamin Geburtstag. Ich frage mich, ob die jetzt wirklich Techtelmächteln oder nur rumschmusen hier drinnen. Aber es sieht so aus, als würden sie nur rumschmusen. Das ist natürlich super süß. Ähm... Das können sie ruhig machen, die beiden. Und hier wird getanzt. Und alles ist super. Und ich würde sagen, hier mit diesem schönen Lied, das irgendwie... Immer noch relativ laut ist, die Musik. Ähm... Werde ich jetzt dann langsam mal hier den Part beenden. Und damit dann auch das Lebensfreude-Let's Play. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch genauso gefallen wie mir. Und ich hoffe, ihr findet es nicht schlimm, dass ich jetzt dann aber das Let's Play wahrscheinlich als Lebensfreude-Let's Play nicht mehr weiterführen werde. Sondern, wenn Tony, ähm, zum jungen Erwachsenen geworden ist, das werde ich dann selbst spielen. Dann werde ich daraus ein Reiseabenteuer-Let's Play machen. Und wahrscheinlich werde ich die ganze Familie umziehen lassen. Und das werdet ihr dann aber alles noch sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss! Don't try and fool me, I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... Hello, all of you nice people there in St. Louis. Thought you'd like to see some... See... mit allen Power Arming zu dem Team vorbereiten